Endlich ist der Winter eingetroffen. Und Skilaufen ist zurzeit günstig. Der Pistenbully ist auch schon gefahren. Also ca. 30 Zentimeter sind es. Heute Nacht bis jetzt vielleicht 10, 12. Ein bisschen aufräumen, Schnee wieder auf die Seite machen. Die Leute wollen ja durchlaufen, ein bisschen. Sie wollen ein Eckchen frei haben. Ansonsten hier, die Straßenbedingungen sind zwar heute nicht gerade so günstig. Der Schneeflug ist zwar durch, aber unten ist ein Eisfilm drunter. Und da war ein bisschen Stau heute immer, zur Arbeit kam. Ehem! Kannst du kommst erst ab? Also sind jetzt schon schon раб, die viele Seine 이게 Severalchenrobialer auf demацantraßen. Nei! Spannende Musik Wie gesagt, hier ist alles glatt. Ich bin unten stehen geblieben und habe es noch ein paar Meter probiert. Ich habe voll auf der Bremse gestanden, bin gerutscht und gerutscht und bin dann irgendwann mal zum Stehen gekommen. Aber jetzt können wir warten, bis der Räumdienst kommt, der kommt gerade her. Und dann geht es weiter, hoffe ich.